Wer sich da jetzt alles im Namen der Moral und des Anstandes zu Wort meldet, ich sage euch, liebe Freunde, aus der Partei der Steinewerfer, der RAF-Sympathisanten und von den Stasi-Kommunisten lassen wir uns nicht Anstand und Moral vorhalten. Aber überhaupt nicht. Doch am politischen Aschermittwoch machen scharfe Zungen auch vor dem politischen Partner FDP nicht halt. Wer Kubicki als Parteifreund hat oder wenn Kubicki ein Parteifreund sein soll, dann sind die Taliban ein Gesangsverein, liebe Freunde.